Wir stehen jetzt vor der Grundschule von Isabel und überraschen sie jetzt ganz heimlich. Die haben sogar heute freigemacht. Ja, die haben Schwimmunterricht geschwänzt und sitzen jetzt oben im Klassenzimmer und dann gucken wir jetzt hoch. Ich bin so aufgeregt. Ich bin aufgeregt, weil gleich ganz viele Kinder schreien. Hallo! Und ihr alle dürft jetzt mit in den Tesla rein. Werdet ihr jeden Tag zur Arbeit gefahren, oder wie? Ja, klar! Freut ihr euch auf den Tesla? Ja! Dann sagen wir Dankeschön. Tausend Dank, das ist so krass, wirklich. Fühl dich gedrückt, meine Liebe. Ich hoffe, du kannst mit dem Auto richtig viel Spaß haben und eine schöne Zeit haben. Absolut, absolut. Tausend Dank, wirklich. Da habe ich keinen Zweifel dran. Danke.